Musik Musik Es ist der letzte Novembertag 2021. Da hat auch im Kapfenberger Fekete-Stadion der Winter bereits Einzug gehalten. Die KSV 1919-Fußballer haben die Herbstmeisterschaft in der Tabelle in der Admiral 2. Liga mit einer blutjungen Mannschaft auf Platz 10 abgeschlossen. Memma-TV-Sportreporter Peter Harrer hat mit KSV 1919-Präsidenten Erwin Fuchs, Cheftrainer Wladimir Petrovic und Co-Trainer David Sentscher folgendes Gespräch geführt. Der Herr Präsident Erwin Fuchs, die KSV hat die Meisterschaft im Herbst abgeschlossen. Man liegt da auf Platz 10. Zufrieden? Ja, den Umständen entsprechend bin ich zufrieden. Wir haben ja immer wieder einen großen Umbruch. Uns verlassen ja immer wieder Spieler, die dann nach oben gehen. Das ist ja sehr gut für uns. Das erzeugt von guter Ausbildung. Ja, die Punkteausbeutung, ich sage immer, wenn du pro Spiel einen Punkt machst, bist du normalerweise nicht in Abstiegsgefahr. Jetzt haben wir halt einen mehr. Es könnten drei, vier mehr sein. Leider Gottes war das letzte Spiel in Lieferung. Haben wir verloren, wobei eines der Besten war, wo das eines der Besten war. Und in der 97. das Siegestor oder der Elfmeter bei Blau-Weiß-Linz schmerzt auch. Da hätten wir drei Punkte gerne mitgenommen. Aber in Summe muss man zufrieden sein. Und ja, der Nachwuchs schiebt immer brav nach oben. Ja, und man liegt fünf Punkte vor dem drittvorletzten. Man kann ja vor drei Absteiger im schlechten Fall ausgehen. Ich glaube, da wird man im Frühjahr schon noch Punkte brauchen und auch machen. Ja, Punkte brauchen wir auf jeden Fall, weil die Konkurrenz schläft nicht. Man sieht ja, die Juniors schlagen jetzt zum Beispiel in Innsbruck auswärts 4 zu 1. Also die kommen immer näher. Und man muss punkten, punkten, punkten. Und ich denke mir, die 30 Punkte wird man schon erreichen müssen. Wenn wir so das Stadion anschauen, das Umfeld, das Stadion ist ja schön. Das Stadion ist super, da Rosen alles. Aber was wir brauchen, täten, ganz dringend. Das wäre natürlich eine Rosenheizung. Naja, wir haben ja das Problem, dass wir leider Gottes diese Bonuszahlung nicht abholen können, die sich zum Beispiel in der K.A. abholt. Das sind immerhin 250.000 Euro, weil unser Stadion halt nicht mehr Bundesliga-tauglich ist für die höchste Liga. Ja, vielleicht passieren noch Wunder oder Weihnachtswunder und irgendwann einmal wird auch hier wieder etwas nachgelegt. Ja, und auf ein Weihnachtswunder, wort man auch, vielleicht liegt unter dem Christbaum ein Hauptsponsor. Das wäre auch schön. Ja, die Brust wäre frei. Also für einen Hauptsponsor hätten wir noch genügend Platz. Und ja, wir sind ja doch in ganz Österreich unterwegs und sind ein guter Werbeträger. Man sieht es ja immer wieder, der Fußball bewegt. Der Fußball bringt Kapfenbeck immer in die Schlagzeilen. Sei es noch immer der alte Spruch, Kapfenbeck ins Himbring, den man immer wieder hört, jetzt wieder mal im TV. Also ich glaube, der Fußball hat schon was zu bieten. Vlado, gratuliere zum Cheftrainer Posten da bei der KSV. Ich glaube, das ist eine schwierige, aber ehrenvolle Aufgabe. Danke. Natürlich ist es nicht einfach, aber deswegen bin ich da. Das ist natürlich mein Beruf und ich muss das akzeptieren. Und natürlich wird es nicht einfach, aber ich hoffe, dass wir schaffen, dass wir das geplant haben. Ja, und das zeichnet dich heraus. Du arbeitest ja gern mit jungen Leuten. Ja, praktisch die ganze Karriere bin ich mit jungen Leuten. Ich war ein paar Jahre Akademie als Trainer tätig und natürlich als Co-Trainer mit Kurt gearbeitet und mit Ibrakowitsch auch. Jetzt bin ich selber Cheftrainer, nicht selber, natürlich mit David zusammen. Und ich kenne gut Mannschaft. Ich habe praktisch mit allen Spielern gearbeitet vorher als U17-Trainer und Amateurtrainer. Und ich kenne gut diese Partie. Und natürlich, ich hoffe, dass dieses Jahr kein großes Problem für uns Liga behalten wird. Ja, Liga behalten, das ist natürlich wichtig, die Zugehörigkeit. Und natürlich wichtig, wieder ein paar junge Leute zu entwickeln. Das ist unser Ziel. Natürlich jedes Jahr muss man ein paar, wenn es geht, die kommen ganz oben, die kommen in die Bundesliga. Natürlich, das ist unser Ziel. Und zusammen mit dem muss man auf Erfolge schauen und Ergebnisse schauen. Natürlich, dass wir leben von Ergebnissen. Und natürlich nicht einfach wieder nicht, weil Liga ist, wie gesagt, jeder kann gegen jeder gewinnen. Interessante Liga. Und ja, schauen wir mal. Was wünschst du dir fürs Frühjahr? Wie soll die Mannschaft dann ausschauen? Ich glaube, ihr werdet sich ja nicht viel ändern. Sicher nicht. Vielleicht eine oder zwei Positionen, mehr nicht. Ich glaube, für uns wäre es wichtig, dass Zertina bleibt. Ich bin nicht noch sicher. Und natürlich, auf die Positionen muss man schauen, dass, wenn Zertina weg ist, dass einer oder andere kommt. Ich hoffe, dass wir in der Mitte irgendwo bleiben und dann ohne viel Stress zum Schluss irgendwo das zusammenbringen. Der David Senca ist der Assistent von Vlado Petrovic und du bist jetzt Co-Trainer beim Petrovic und bei der KSV. Ich glaube, das ist eine ehrenvolle Aufgabe und eine gute Aufgabe. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja diese Aufgabe schon inne gehabt und kenne natürlich die Mannschaft auch sehr gut. Der Vlado natürlich auch, weil er sowieso auch zur KSV-Familie gehört. Und ich freue mich natürlich auf eine Zusammenarbeit mit ihm und das funktioniert eigentlich ganz gut. Eigentlich seid ihr ja ziemlich gleichgestellt. Ja, mehr oder weniger schon. Mir fehlt natürlich noch die Ausbildung, die er hat. Aber das ist eigentlich komplett wurscht, weil wir wollen erfolgreich sein mit der Mannschaft, mit dem KSV. Und wer da jetzt da vorne steht, ist nebensächlich. Wichtig ist der Verein und nicht wir. Und ihr habt das hier mit jungen Leuten zu tun. KSV hat ja Blut. Junge Mannschaft und die Kicker schauen ja auf euch zwar auf, weil ihr höher gespielt habt. Ja, auf jeden Fall. Wir sind beides Ex-Profi-Fußballer, sag ich mal. Und der Vlado hat da schon einiges mehr erlebt als ich, sag ich mal, auch im Ausland. Und ich habe natürlich auch meine Erfahrungen gemacht, die ich natürlich weitergeben will den Jungen und er auch. Und das ist eine gute Basis. Und natürlich müssen wir erst sagen, dass wir aus der Mannschaft gute Truppen formen können und mitspielen können, beziehungsweise erfolgreich Fußball spielen können. Und die letzten zwei Runden hat das nicht so schlecht funktioniert und da müssen wir halt aufbauen. Ja, und das könnte für euch beide als Trainer Sprungbretel sein? Ja, so weit wir jetzt nicht schauen, aber natürlich in erster Linie müssen wir mal unsere Arbeit abliefern. Und was dann passiert ist, das steht ja alles in die Sterne. Wir schreiben die 48. Woche 2021, da wird im Falkenhorst noch trainiert. Dann geht es in die Weihnachts- und Winterpause. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020